Der Lufttransport einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben. Sie sollten sich übereiden. Skorpion 1? Wir Skorpion 3! Wir lehren den Platz hoch! Meine Güte, sind Sie hier klassisch? Unglaublich! Da, sehen Sie den Speer? Es muss die zentrale Struktur sein. Bringen Sie uns so nah ran wie möglich. Sie müssen direkt ins Herz der Hauptregulierung für die Sporen. Weil Sie drin sind, müsste der Anzug den Rest erledigen. Glauben Sie wirklich, dass wir funktionieren wollen? Gehen Sie lieber das Risiko mit der Atomkomme ein? Das ist unser einziger Versuch! Was? Keine Chance, dass wir da nah ran kommen. Zum Land ist der Boden zu instabil. Und die atmosphärischen Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Näher geht's nicht. Also, Skorpion 3! Letzen Sie ihn ab! Alcatraz! Wir beobachten Sie so lange in Ihrem Fall nicht! Viel Glück, Mann! Besser Sie als ich! Alcatraz! Wir sind immer noch hier! Der Anzug steht und ich gebe Ihnen so viel technische Unterstützung wie ich kann, aber ich hinke selbst hinterher. Ich arbeite für Sie jetzt erstmals zum Schwerpunkt. Ich sehe ihn nur direkt über die Schultermach. Oh Mann! Sehen Sie nur, wie runtergekommen das Ding ist. Alcatraz, hören Sie! Das ganze Gestein hängt nur von der Struktur des Litho-Schiffs runter. Es ist völlig instabil. Können sich jederzeit lösen. Sie müssen auch Verlastungsrisse ab. Da! Sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, er weiß es nicht. Kampf wird aktiviert. Taktische Optionen verfügbar. Tamser aktiviert. Tamser aktiviert. Tamser aktiviert. Tamser aktiviert. Zahra, die wir jetzt. Hören Sie, Eckadress, wir haben nicht viel Zeit. Was immer Sie da im Hive gemacht haben, machen Sie es nochmal. Viel Glück mal. Tabletrücken und Polizisten sind gut aktualisiert. Taktische Funktionen verwendbar. 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 Ich habe dir jetzt... 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 Tanser der Knie jetzt. 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 Ich schaue dich aus, bevor sie... Oh. Taktische Optionen verfügbar. Sie haben ein Traumfeld, Alpha-Traft. Ich bin jetzt direkt an ihnen dran! Das ist mittlerweile mal ein Traumfeld-Mars campaig. Dads, ich habe diese Gut aus. Sie stärken die Reinkusspläne aus. Sie entspannen der Terre. Sie stärken die Reinkusspläne aus. Sie stärken. Sie stärken. Was ist das? Was ist das? Mano-Vision aktiviert. Mano-Vision aktiviert. Mano-Vision aktiviert. Mano-Vision aktiviert. Mano-Vision aktiviert. Das ist wirklich. Ercatraz, Ihnen läuft die Zeit davon. Los, los! Tarnfeld, aktiviert. Tarnfeld, aktiviert. Flaschenale, aktiviert. Flaschenale, aktiviert. Flaschenale, aktiviert. Hören Sie, Ercatraz. Die Spore ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Sie müssen in den Wänden nach Cyborg-Verkabelung suchen. Reißen Sie mit Hilfe des Anzugs einen Teil davon raus. Flaschenale, aktiviert. 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 Hey, toter Mann. Wahnsinns-Trip, was? Sie dachten, ich wäre weg? Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzug, Mann. Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Sie sind in mir drin. Die Zeph, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und sie, sie waren da. Direkt vor mir. Und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Linksham. Wissen Sie, die Zeph gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Die Zeph gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Die Zeph, sie haben überall gebaut. WDR mediagroup GmbH Wir haben heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Rackenmarin, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Zellter von Jacob Hargreens Navarrohöhle? Moment, ich optimiere den Team. Ah, besser. Wird Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch wird zu Ihren Diensten. Und Sie sind... Man nennt mich... Prophet. Prophet.